Herzlich willkommen zu Update Kompakt am 15.01.2018. Mein Name ist Cedric und das sind unsere Meldungen. Das Schiff Sanchi war nach einer Kollision mit einem Frachter im Brand geraten. Nach einigen Tagen und mehreren Explosionen sank das Schiff aus dem Iran, das Schweröl und über 130.000 Tonnen Ölkondensat transportierte. Die chinesischen Behörden sagten, dass das leichter weniger Auswirkungen auf das Meer habe als andere Ölarten. Wissenschaftler widersprechen dieser Darstellung allerdings vehement und befürchten eine Umweltkatastrophe von historischem Ausmaß. Ölkondensat erzeugt kein Ölteppich wie der Schweröl, allerdings erzeugt es unter Wasser eine giftige Säule aus Kohlenwasserstoffen. Selbst wenn die giftige Phase des Tankerunglücks nach wenigen Monaten beendet sei, könnten die Auswirkungen auf die Umwelt viel länger dauern, sagte der Biologe und US-Berater für Ölkatastrophen Richard Steiner gegenüber Reuters. Die Gewerkschaften werben für eine neue große Koalition. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann hat die SPD aufgefordert in die Koalitionsverhandlungen zu gehen. Im MDR sagte er, diese große Koalition ist in der Summe besser als das, was wir mit Jamaika jemals erreicht hätten. Im Vergleich erhalte so ein Bündnis weit mehr Substanz für Arbeitnehmer. Ähnlich äußerte sich auch der Vorgesetzte der IG Bergbau, Chemie und Energie, Michael Vasiladis im Deutschlandfunk. Let's Player Kronk mit bürgerlichem Namen Eric Range hat eine Rundfunklizenz erhalten. Damit werden für ihn wesentlich strengere Auflagen gelten als bisher. Kronk stand wie andere Let's Play Kollegen schon lange im Visier der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Nachdem er sich gewährt hat, eine Zulassung zu beantragen, reicht er dann doch schließlich einen Antrag bei der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, kurz KEK an. Durch den Erhalt einer Rundfunklizenz können Spieletitel ab 16 Jahren erst nach 22 Uhr und Spiele ab 18 Jahren erst nach Mitternacht gezeigt werden. Ob andere Streamer mitziehen werden, wird man noch sehen. Doch Einhoffnungsschimmer bleibt. Die Landesregierung in NRW wird die Lizenzpflicht für Streaming-Kanäle komplett abschaffen. Mehr Informationen gibt es wie immer auf derhatv.de. Das war Update Kompakt für heute. Einen schönen Abend noch und bis morgen um 21 Uhr.